Willkommen zurück bei Starborn mit dem Darktory und dem Balion und ja, Balion ist irgendwie, er hat noch nicht gerafft, dass der Valentinstag vorbei ist mit seinem Ofen hier und seinem Blümchen und sein Engelsflügelchen wie viel Schaden machen denn eine Rosen? Nein Wollte Rosen kaufen? Bittem Gehen wir ruhig Ok, äh Spaß beiseite Spaß beiseite, jetzt wird's ernst Genau, hallo Ernst Aber den Bogen muss ich noch bauen, ich will jetzt wissen was mit dem Bogen ist Also, Hunting Bogen brauch ich erstmal Was willst du denn mit dem Bogen? Ich will gucken was ich damit machen kann Amors Pfeile oder was? Jo So, ich brauch nur noch 1000 Pixel Toll Für was brauchst du 1000 Pixel? Ich? Ich fehle ein Diamant Drill Achso, ok Habt ihr Diamanten? Ja Ja Mir fehlen noch 5 Nix Cool Du musst ja den restlichen Pixel hier übrig lassen Wo bist du? Wo bist du? Da bist du? Hier Hier bin ich So, pass auf dass wir unser Schiff nicht zerballerst mit dem Ding Ja Vor allem das Cockpit, ne? Glas geht schnell kaputt Wir sind ja jetzt auf dem X-Planeten Plus mal kurz die Koordinaten, weil wir ja auf dem Level 5er anfangen müssen Habe ich schon mal ein Level 5er Wüstenplaneten in einer vorigen Folge rausgesucht Ich muss nochmal die Koordinaten Ich muss nochmal die Koordinaten Und der Planet ist riesig Da haben wir wahrscheinlich ein paar Folgen drauf Ja, das ist doch super Ja Brauche ich ihn als nächstes Gott, wieviel Pixel man immer braucht Ja, ich hab noch 9 Pixel Deine Maschine sind noch Pixel für dich Ich geh runter In dem Pixel Kompressor In dem Pixel Kompressor In rechts oder links Obwohl ich lass sie erstmal drin, weil ich verrecke eh gleich wieder Das Zeug heißt THC So TCW Na toll Die goldene Mitte Ah hier, die Batteriepflanzen Und es gibt Uran Und es gibt Uran Also das hellgrüne ist Uran Und das dunkelgrüne ist Ackis Was auch immer Ecki Salz Was auch immer Wow Pfff Das heißt, wir haben besseren Treibstoff Witzel Ja Aber bleibt mal an der Oberfläche Bleibt mal an der Oberfläche Wir haben zu viel Der Planet ist echt riesig Ich bleib grad noch nicht an der Oberfläche Aber ich muss hier das Elgisald noch rausholen Und ich hab jetzt grad schon mal 35 Orr gesammelt So, mal gucken, wo ist der Ach man, ich treff nicht Hä? Macht ja sieben Schaden Ist das Äh, ich komm da nicht hoch Sind glaub ich freundlich Bin mir aber nicht sicher Sind sie nicht Doch Wären sie gewesen Wären Ja So Achtet an von euch auf der Uhr Irgendjemand Ja Oder Zeitnehmer Hat mal wieder verpasst drauf zu gucken Och man Ein Death So Ich bin auch gleich schon wieder tot, ey Ich wäre sonst Ich wäre ein Wüstenplanet Warum daum ich dann hier Matsch Was ist dein Wüstenplanet Was ist dein Wüstenplanet Was ist dein Wüstenplanet Ich bin ganz schön heftig die Teile Sind ganz schön heftig die Teile Ein Schlag, Hälfte von HP weg Ein Schlag, Hälfte von HP weg Ein Schlag, Hälfte von HP weg Oh Gott Dafür ist Link nichts gewachsenes. Oh nö, grüne Uhr-Suppe. Was willst du da drin? Schönheitsbad, Entrosten. Entrosten. Warum will keiner von euch den Treibstoff mitnehmen? Ich habe keinen Treibstoff gesehen. Das hellgrüne. Das Uranium ist Treibstoff. Hm. Och man, hier sind zu viele von den Viechern. Ich wurde gefressen, er wurde gefressen. Superb. Tobi, schmelz mal das... ...Eisen, also das was du jetzt gekriegt hast, das grüne Zeug. Ich muss mal drei Waffen herstellen, die drei großen Hammer. Ja. Ich weiß auch wie die heißen. Hammer. Keine Ahnung. Guck. Microship. 200 pro Schlag. Boah, dieser... Was ist das denn? Das Vieh ballert Verfolgungsraketen. Bist du immer noch sicher, dass du im richtigen Spiel bist? Nein, das wollte ich mich töten. Also ich kann zwei Waffen aktuell herstellen. Und man braucht... Zehn Barren. Zehn was Barren? Ecki Salt Barren. Was denn Tobi? Ich hab grad Uran ins. Also ich hab... Sechs Barren. Du hast bestimmt auch noch welche übrig. Wo macht man die denn? So, eine Waffe für mich. Da ist eine für jemanden, der als erstes dort ist. Und wieder runter. Tobi, hast du noch Erz? Nein. Aber was haben? Hat ganz genau für die beiden gereicht. Ich hol grad Erz. Linksflank ist noch ein bisschen was. Werte, fährst du noch? Werte, fährst du noch? Nee. Ich hab gar nichts von dem Zeug. Aha. Dann bleibst du auf dem Schiff. Warum? Weil ich keine Waffe hab. Hab ich die jetzt aufgesammelt? Naja. Ach, dieser grüne Hammer oder was? Ja. Ja, willst du den haben? Ich brauch den nicht. Nö. Weiche aus. Nein, wenn erstmal alles weggehen. Ich hab jetzt gleich wieder genug von dem Zeug. Ja, ich hab wieder genug von Eggies halt. Na komm hoch auf dem Schiff, Benni. Ja. Warten wir jetzt die Waffe hergestellt. Ähm. Das ist ja eigentlich der hier sein. Doppel-Hammer-Time. Oder? Ja. Bei mir heißt das Ding, äh... Microship. Ja, du bist ja auch. Der darf eigentlich Waffen sollten doch gleich heißen, oder? Äh. Ähm. Wassenspezif. Oh Gott, ich hasse die Vögel. Die Vögel sind am schlimmsten, ey. Ich hasse hohe Berge. Noch. Immer noch. Bodger, das ist dein Mussich. Und dann sind diese Vögel, die ihr so weit weg coco först müssen. Ja. Er macht 200 Schaden per Swing, ne? Genau. ein goldohr ergibt 25px wenn es einschmilzt heisst hallo spiel ich fühl mich diskriminiert weil er ein berg war wo ich nicht so einfach hochgekommen bin copper silber und und 1. 2. 3. 4. 3. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 11. 8. 10. 11. 12. 12. 14. Den hat vielleicht genau noch Immerhin brauchen wir jetzt nur noch zwei Schläge für die Viecher Ja, Hosen auch, irgendwas braucht ihr ja noch Das Sovo ist gerade richtig lang Ich bin gerade in einem fetten Sandloch Ja, das komische ist, ähm Man sieht auch nicht, woran das liegen könnte Auslastung ist von allem super gering Internet-Upload ist auf 10% dauerhaft Hier kling ich mal in der Ingenie Oh Also das dürfte ja eigentlich nicht sein Wenn man so Multiplayer anbietet, dass es dann halt mit drei Spielern so schlecht läuft Oh naja, das ist ja auch noch Early Access Game Und, hängt es wieder? Hehehe, ich bin auch wieder in dem Spiel dran noch Nö, geht eigentlich Was war denn das? Aber richtig, echt gut Pixel durch die Viecher die man tötet Schon mal kurz drüber Töne Ich bin überhaupt nicht Tu auch die Hände Hast du eine Hände? Ja, das ist doch nicht predominantly Ich bin gerade hier Ich bin gerade verraten Ich bin gerade sicher Läge Ich bin gerade im Ich bin gerade und bin gerade Ja, nur so 100, 200 Stücke, Mann, ne? Läuft. Ja, man muss auch gucken, dass wir hier relativ fix diese Rüstung schon kriegen. Die Mini heute wieder mit den Sägen gehen. Also die grüne Rüstung kommen wir auf jeden Fall, bevor wir überhaupt drüber nachdenken, auf die nächste Stufe. Ja klar, bevor wir auf die 6er gehen. Ja, ich glaube auf die 7er müssen wir. Ja, auf die 6er können wir ja gehen. Aber wir sollten dann nicht die reine grüne, sondern die grüne plus Kohle, also wie sich das sagt auch immer schimpft. Brauchst das Frostium, brauchst du dann. Das machst du aus grün und Kohle, dachte ich. Ja. Sonst diese Rüstung dann bauen. Und dafür muss man doch das Tech-Upgrade machen, ne? Genau, du musst jetzt das grüne Tech-Upgrade machen. Ja. Und dann kannst du das grün klein in Frostium umwandeln und kannst du in eine Rüstung theoretisch überschauen. Ja. Ja, das würde ich machen. Also dass wir dann... Du brauchst ja pro Rüstung an die 60 Barren. Wenn du dann das zweimal was brauchst, halt 140 Barren. Das ist ja auch schon mal ein ordentliches... Ich hoffe ja überhaupt erstmal zu kriegen. Je nachdem noch, was das auch an Pixel kostet. Pixel kostet keine Pixel mehr. Ja. Ah ok, das ja. Schon mal super. Seid ihr eigentlich links rumgelaufen oder was macht ihr? Ja. Ja, ich bin nach links gelaufen. Du bist gleich tot. Ja, links. Ich weiß. Und Herr Balja und sie auch. Oh... Oh das lässt sich halt nicht. Hallo? Oh, war hängend. weil ich... Ja, läuft! da Aber mir gehts eigentlich auch gar nicht so Oh nein, ich hab ein Bossvieh Bei mir Meine ganze Energie weggeballert und nur Zwei Balkenschaden gemacht Ja, wir haben gegen eine guten Fusswaffe Das ist wahrscheinlich lange aufgefallen Haben auch kein Piratenschiff gefunden So, ich hab jetzt ne Waffe gefunden 81 Schaden pro Swing Wöl weg Waffen findest du wirklich Ja, das ist witzlos Man baut ja nur 20 von diesen Erz und stört sich ne super Waffe her Ja, das dreifache an Schaden macht Oh nein Nein, das bleibt nicht tot Ja, so ein Piratenschiff wäre echt super war Ich denke wir werden auf jeden Fall noch finden Ja, bestimmt Ah, eine Kiste mit Rohstoffen Oh nein Oh nein, man darf nicht zu weit zurück gehen, warum spawnen die Viecher ja wieder neu Mhm Mhm Okay, ok Urania findet man auch wenig, ne Ja, hier 함 findest man auch wenig, aber dann auf den das Wiert mehr Aber noch den roten Treibstoff Keine App Solarium? Ne, da ist gelb Plutonium Plutonium dann Ah ja, Plutonium, genau Plutonium findest du dann auf Level Spawn und Achtung und auf Level Zenon findest du dann irgendwann mal Solarium Solarium Plutonium Für Rohstoffe Ja, ich bin jetzt auch eigentlich nur auf Rohstoffformen Ja, das brauchen wir ja auch Weil oben auf dem Planeten sterbe ich irgendwie immer und tot heute Und im Planeten findet man Oh, manchmal schöne Sachen Kisten So, bis jetzt Ja, mal ein Double Jump Irgendwann mal Vielleicht auch mal Ja, ich mein, ich hab ja noch nicht mal diesen Dusseligen Energy Dash, den man ja sonst andauernd 5000 mal gefunden hat Ja, jetzt hat er so richtig gehangen Ja Aber das Definitiv nicht, ja Aber Wenn's am Server liegt, dann würde er's ja dauerhaft machen Oh nein, es wird macht's Oh man Oh man Das die Vögel immer einen anfurzen, ne? Das die Vögel immer einen anfurzen, ne? Kaputt gefurzt! Blöde Vögelchen Blöde Vögelchen Dabei warst du schon rechts von mir Ja Ich bin vergiftet hier Halten Sie mal Ausschau nach unförmigen Löchern Halten Sie mal Ausschau nach unförmigen Löchern So, in 5 Minuten sind wir dann bei 30 Minuten Ja, dann bleib ich auf dem Schiff und ähm bin das hier mal am rumschmelzen Das ist auch das erstmal, dass ich das mache Wow Oh Nur so als Wurzog Zwischen Ja, aber ist ja nicht verkehrt Creative Diamanten kann ich dir wiedergeben? Wie viel hattest du mir gegeben? Hm Was stimmt Es ist ja jetzt nicht so dringend ich boh mir dem anderen Bohrer noch wunderbar klar Yet Aber wir haben schon 400 Kupfer in ním Jetsteilchen drin Okay Ja Der Sandlach hat kein Ende Ist doch schön Dafür dass wir auf den Wüstenbleiben sind Die ganze Zeit nur in Erde und Klee unterwegs Unterirdisch Komisch Ewig gegen Sandlach gesehen Dann würde ich den Wüstenplaneten mal umtauschen Aber das hat echt kein Ende Ich brauche mich die ganze Zeit nur runter So wir sind jetzt wieder auf 300 Energie Ist ja auch schon mal wieder was So wo ist der Fummeltisch da? Ergizal Tech Upgrade 40 Barren brauchst du dafür Oh ist kein Problem Oh 24 habe ich schon Hi Creative Guten Tag Lancer ist das Zeug bei mir Soll ich Uranium vorne reinballern? Ja ne? Ja So mal gucken ob ich in den nächsten 2 Minuten an die Oberfläche komme Ich hab doch mal immer ein bisschen im Hintergrund Also im Hintergrundweg Ja hab ich schon geguckt Ich bin noch echt sehr tief Komm gucken Ich hole jetzt auch einfach mal gerade runter Ja Das hat sich jetzt schon gelohnt Ein Uraniumohr habe ich gefunden Ich hab echt zu viel Müll dabei Müll hält sich bei mir eigentlich so an Grenzen Wer kann weg Weg Geht Ender Soho wieder Wir werden so Hier. Soho nicht Uh Ok Choro klar Choro klar Gute 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 Wir müssen was löschen hier im Inventar Die billigen Waffen und so kannst ja einfach alles löschen Ja, mach ich ja auch Fakt, du kannst ja tief, nimm uns wieder hoch Ah, ich kann, ich kann proben Ich noch nicht, äh Sollen wir uns einen neuen Planeten? Worum gefällt das hier nicht? Nein, ich meine, ich habe doch schon komplett umrundet und Echt? Habt ihr das? Fast Keine Ahnung, weiß ich gar nicht Ah, einfach einen neuen Planeten nehmen Machen wir jetzt gleich erstmal Folgen, kaum Oh, in der nächsten Folge ist wirklich schnell Genau Alles klar, bis zum nächsten Mal, auf wieder, tschüss Ciao 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 Vielen Dank.